Das Bekenntnis Jesu und die Verleugnung des Petrus Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, bitte ergänzen. Das Bekenntnis Jesu und die Verleugnung des Petrus Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohepriesters gefolgt, nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohepriester und der ganze Hohepriester bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können, sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil, er ist des Todes schuldig. Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen, zeig, dass du ein Prophet bist. Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Doch er leugnete und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehört zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von neuem zu Petrus, du gehörst wirklich zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Und er begann zu weinen.